Die Klappe ist ein großartiger Preis, Berlin ist eine großartige Stadt, vor allem eine der kreativsten. Und deswegen ist die Klappe heute hier. Das Schöne an der Klappe ist eigentlich das, dass man erstmal hier vor Ort Kontakte knüpfen kann, man mit Menschen einfach diese persönlichen Aspekte teilen kann. Und deswegen ist glaube ich, dieses bei der Klappe vor Ort sein, sogar fast schon was Besonderes als einfach nur zu sagen, man hat die Klappe gewonnen. Ja, es ist ein ganz toller Abend, ich bin sehr zufrieden. Unsere Verjüngungskur der Klappe ist in vollem Gange. Die Awardshow war toll, tolle Moderation, super Leute, tolle Stimmung, also große Veränderung, tut der ganzen Sache sehr, sehr gut.